Ich habe eine Frage, haben Sie auch auf Lager Scheibenwischer und Scheibenwischermotoren? Das geht eigentlich nur um eine Installation, um eine Kunstinstallation. Also Scheibenwischer selber haben Sie keine? Warte, ich brauche sie auch. Haben Sie eine Möglichkeit, wo das in Osnabrück möglich ist? Eine Ahnung, wo man sowas bekommen könnte? Wissen Sie ja nicht. Okay, gut, und besten Dank. Tschüss.